Ja, wie gesagt, musst du es anschauen, auch im Foto hat es irgendwie schon ein bisschen ausgeschaut. Ach was. Wunderbar, es ist genau die Farbe, die die Tomate hat. So, voilà. Wie Sie sehen, fließt es nicht. Gefällt es dir? Ich finde es klasse. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Hingeschrieben, ist es ja auch. Eben. Und... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017